Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Donkey Kong hat ein kleines Format einer Fliege und wir haben... Und wir werden jetzt ein größeres Problem mit dem Level, glaube ich, haben. Weil Wasserlevel sind meine Lieblingslevel. Oh! Ow! Ow! Okay, wir sind im nächsten Level und ich weiß nicht, was uns darauf erwartet. Hier haben wir auf jeden Fall schon blaue Bananen und die Ananas. Okay. Was natürlich viel heißt, was ich jetzt ganz vermute, ähm, wir werden hier mit Lanky den Boss machen. Hm, ich geh jetzt erstmal mit Donkey Kong... Okay. Okay, er ist down. Das hat... äh, lang gedauert. Okay. Hier haben wir Erdos Flaps. Hier haben wir Tiny. Also, so durchchecken, wo wir vielleicht mit Donkey Kong oder was wir mit Donkey Kong machen können. Sonst grasen wir mal das erste... So weit ab. Ah, hier haben wir hier mit Donkey Kong. Nice. Ah, hier haben wir was mit Donkey Kong. Nice. Ach, man, ich brauch doch nicht die Bongos. Yeah. Das wollte ich. Einmal... Das. Und einmal das. Und einmal das. Okay, das haben wir. Äh... Da ist ein Pfeil. Weißt du was? Da oben ist irgendwas gefangen. Na gut, ich würde sagen, wir kämpfen jetzt erstmal und, ähm, durch die jetzt anfangen, teilt ihr durch, was du erstmal alles hier durchnimmst. Da hinten mal ein Atmos Flips und, äh, Lanky. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. ok das ist mit durchfliegen durchfliegen ist immer geil na gut schauen wir mal was uns da arbeitet will nicht aber was habe ich oben noch gehabt die erste luke ok so und schnell tiny weg mal schauen was er hier kriegen zeit 30 sekunden und wo klitsch ich frage jetzt wo ist es aufgegangen hier auf jeden fall nicht da vielleicht da 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 also ich muss wirklich zugeben das wird eine herausforderung diest und dann würde ich halt jeden abschnitt so durchgehend mal gucken was dann halt immer kommt na nicht mein gott mit lenken machen gleich hat er jetzt eine garte naht ja das ist das ding schau mal schnell da muss noch eine blaue aus ding so das kann nur das nein das hat gut mein gott Kann man hier durchschwimmen oder so? Woanders hoch kann man nicht... Ah, hier gehts heute... Juhu, aua! Oh mein Gott, die Kamera, ne? Okay, wir haben hier ein Bananen-Level... Oh mein Gott! Geh da rein! Huuh! Gremling Korsh! Get as many Gremling as you can! Press A to fire the melon! Relead! 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 Auf Wiedersehen! Oh mein Gott. Ich dachte, mit der Taktik komme ich wie beim letzten Mal eigentlich ganz gut hin, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen gezielter spielen. Okay, loslassen wir einfach den Reload und dann einfach mal gucken. Reload! Oh, okay, mit der Taktik hat's doch funktioniert. Ich muss einfach nur schneller reloaden wieder. Nächste Bananen im Level. Das ist doch schon mal geil. Aber wie gesagt, ist schon eins meiner Hasslevel jetzt schon. Alter, schwimmen. Das ist mal obernervig. Ich geb' man das mit Lenky dann unten in die zweite Station. Schauen wir mal. Okay. Plattform Nummer 2. Achso, wir können so schnell erschwinden. Nice. Ich guck mal, dass wir erstmal meine Plattform finden da oben. Ah. Sie ist da, okay. Aber ich glaube nicht, dass wir noch ein Musikstück oder sonst verbessern können, glaube ich nicht. Upgrade your instrument. Ah. Natürlich. Ähm. All Kongs. Update 1. Ähm. All Kongs. Update 1. Wenn wir eh da sind. Abgraden wir einmal alle durch. Aber der schafft einmal rein. Spaziert. Und. Na. Ach. Haben wir schon gehört. Oder? Ich stehe jetzt hier gerade. Ich geh noch mal mit dir rein. Mit Lenky. Schau ich mal. Okay. Gut. Wir können auf jeden Fall das ganze Instrument auf einmal bei allen aufladen. Hm. Anscheinend ging das Upgrade wirklich an alle. Was natürlich es einfacher macht. Jetzt geh doch rein, Mensch. Ja. Ich schicke auf Ruhe mal gleich einen schnell kurzen Cut. Ah. Da machen wir noch elf. Ja gut. Ich war klicken. Wie häufig das. Ähm. Ich mach von der Musikleiter noch kurz einen Cut. Wir sind sofort wieder. Bis gleich.